Ah, Karl Lagerfeld! Und? Und Gianna Ina Zarella, oder? Nein, nein, das ist die... Ich glaube schon. Nein, das ist die... Doch, ich schwöre, das ist die, oder? Nein, das ist die, die... Wer? Ah doch, Gianna Ina! Ah doch, ja. Diese hübschen Augen kenne ich. Ja, Karl Lagerfeld? Ich habe euch gesagt, ich brauche eine Brille, ich sehe auch ohne Brille kaum was. Ja, warum haben wir denn keine Brille hier, Freunde? Aber Lagerfeld, ja, die ist in meiner Tasche, ist ja auch egal schon. Brauchst du sie? Nö. Karl Lagerfeld? Tod, ja. Mir geht's besser, ja.